Ich bin so klein neben dir. Ja, ich habe einen auf Donkey Kong gemacht. Ja. Ist das zu hell? Komm, sieht schon ein bisschen so aus, ne? Ja. Ist. Die ist schon fast wieder zu dunkel, aber ne, doch. Das fühlt sich gerade. Ich sehe das nicht. Ich habe meine Brille nicht auf. Egal, Nachbearbeitung gibt es auch noch. Ja! So, gut, wie fangen wir an? Das ist dein Video, weiß ich doch nicht. Moin, moin, liebe Leute. Ja, ich habe hier so einen Let's Taste immer noch... Ne, nochmal. Man sollte sich vielleicht vorher überlegen, über was man überhaupt redet. Und vielleicht die Freundin vorstellen. Ja, das wäre dann nachgekommen. Gar nicht, du hast doch das. Das ist mein Auge. Ja! Okay, ähm... Ähm... Geht schon gut, Leute. Ist das wirklich nicht zu hell? Kann nur super werden. Ich weiß es nicht, du bist die, die filmt. Es ist wirklich zu hell. Der sieht sehr hell aus. Schon langsam Durst, so lange brauchen wir für die Vorbereitung. Ich hätte nur eine Lampe. Das Problem ist halt, dass sich das spiegelt, ne? Ja, das ist auch noch. Und dann doppelt so hell wird. Das geht aber nicht. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, wir sind einfach nur sehr blass. Das ist das Problem. Ach, ja. Ähm... Moin, moin! Äh... Liebe Leute. Machen wir es mal. Hm, moin, moin, liebe Leute. Ja, wir hatten so ungefähr seit einem Jahr geplant, mal zusammen so einen Let's Taste zu machen. Oder überhaupt ein Video. Oder überhaupt ein Video. Aber weil ich ja immer so super bin, was... Lampenfieber. Nochmal. Wegen dem Licht, ne? Machen wir nochmal. Ja, das sind die... Man... Man fühlt sich so abgelenkt, irgendwie. Ah... Okay. Wäre es vielleicht sinnvoller, die Aufnahmen mal zu stoppen und nochmal neu zu starten? Eventuell. Kann man tun will, der Stoffpfeil. Jetzt kommt die Katze. Jetzt knuck mal den Magen. Jetzt alles! Das kommt mir immer noch zu helfen. Das ist noch ein bisschen, aber da kann ich auch die Sättigung nachher noch unterdrehen oder sonst was. Muss man gucken. Okay. Ja, bestes Outtake. So. Okay. Ich versuch's nochmal. Zum Gute kann ich schneiden! Und apropos? Kommt eh ne Outtakes, aber Hauptsache ich hab's rausgeschnitten, ne? Ja. Du stinkst. Nach Erdnussbutter. Sag ich doch. It's Peanut Butter. Ach, die läuft noch, ne? Diese schneide ich nicht rein. Warum nicht? Vielleicht. Möchtest du einen Bart haben? Ich habe spontanen Haarausfass. Peanut! Ja! Warte, 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 warte! Oh! Peanut Butter Cake, Tans! Du meinst nicht! It's Peanut Butter Cake! Kommt, Tans mit! It's Peanut Butter Cake! Wir sind gekloppt. Ach was!